Ja... Siehst du's überhaupt? Ihhh, es leckt gerade. Jetzt kommt's langsam hinterher. So, jetzt. Siehst du's? Ich seh's. Du hast eine Kapsel in der Hand. Nee, halb im Maul stecken. Ja, sieht aus wie ein riesiger Pickel. Hums. Und das ist ein Fächer. Jetzt schlage ich nochmal den Fächer tot. Wo immer der aus welchen Spiegel auch stammt. Wow. Hast du das gerade gesehen, wie sich alle ausgeknockt haben? Ja. Nein, 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 aufwachen, aufwachen, verdammt, aufwachen! Scheiße. Hm, Mist. Du, 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 du. Du, 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 du. Wow, das war ein Fail. Hm, 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 hm. Bekatsch, du musst nicht ständig gebangen. Oh, knapp. Oh, knapp, knapp, knapp. Wie gesagt, ich heiße eine kleine Rettung. Zah, zack. Oh. Ja. Wow, 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 scheiße. Ist erst mal gestorben. Das sind die, auf die ich noch sterben werde. Donner. Yay. Autsch. Oh, jetzt. Schade, hat nicht geklappt. Ah, Donner braucht ja übelst ja irgendwo ausgeführt werden hier. Wow, irgendeiner ist... Oh, sie alle rein, weil sie gerade sterben. Nein, 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 nicht, nein, 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 nein. Scheiße! Wähhr Mist. Also, ich brauch echt mal ne schnelle Intelligenz-Leitung. Dann können wir das irgendwann mal per Echtzeit machen hier, sozusagen. Richtig, Echtzeit! Oh ja, des wär geil. Ja. Na, du Krists ... Schade, keine Feuer auf die Flette. Link, du stürbst bitte jetzt. Pumlof ist weg! Ey, das gibt's doch nicht! Das Arsch hat dich gerettet! Hast du's gesehen? Ja? Boah, mein... Das gibt's doch... Hallo? Könnt ihr auch mich allzu dissen? Ich glaub, ihr mögen mich nicht! Ich glaub, das sind alle, die dich... die... ...dich mal de-abonniert haben. Oder so, kann das nicht sein, die noch an den de-abonnierten. Und Pumlof knocht sich irgendwie grad immer so selber aus, das ist auch komisch. Ich weiß noch, dass Pumlof ab Melee Walzer konnte. Was konnte es? Ab... ab... Smash Brothers Melee konnte Pumlof Walzer. Wo? Wo sie quasi so auf dem Gegner rollt, so... Oh, wieder mal ein komisches Eck! Pikachu sieht total plattgedrückt aus. Ja, das... ja, das hat das gerne hinbekommen, Alter. Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Wie! ...an Spieger-spieger-spieger blazt, Alter. Könnt ihr mal auch bei mich also dissen?! Meinegroßeakiquir darf mentalist werden! Wie? stick-spieger-spieger-spieger-spieger-spiegerded pajamas! ể-spieger-spieger-spieger Ich bin nicht so gut, aber ich bin nicht so gut. Ein Pokémon hat einen Pokéball, das sieht man auch selten. Oh, das ist der Baseballschläger. Oh, das ist der Baseballschläger. Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Der Sternstab in Paper Mario sieht aber anders aus. Es sieht wirklich mehr aus, als der Sternstab, der aus Kirby Nightman Dreamland gespulen wurde. Aha. Na gut, ähm, wen nehme ich jetzt? Einfach mal... Samus. Donkey Kong. Okay. Donkey Kong ist auch irgendwie so overpowered irgendwie. Ah, nein. Nicht zwei Links. Nicht zwei Links. Oh, nein. Oh, das wird lustig, das wird lustig. Machen wir noch einen... Machen wir noch einen Bild mehr, werden wir wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Ah, Indie. Wie heißt das? Metroid. Ja. Was? Sebest, glaube ich. Ah ja, Sebest, genau. Boah, Alter. Kommt immer auf, dann müsste ich diesen schon wieder... Hallo? Hast du eigentlich wusst, dass... Metroid Mother M eigentlich ein Anagramm ist für Mother? Was? Nochmal. Hast du sch... Der... Dings... Der V-Teil. Metroid Mother M ist ein Anagramm für Mapa. Ähm, das ist aber nur ein ganz andere Anspielung! Und Schweranleck, das gibt's doch nicht. Naja, Anspielung an... Denn ich will jetzt eigentlich nicht spoilern, wobei... Der kennt die Szene nicht. Ich? Und ich mach das ja auch nicht bei Action Adventure. Ich komm damit nicht zurecht. Ach, das gibt's doch nicht. Wie sie sich ja eigentlich selber auskommt, ohne dass ich das Gift glas... Naja... Das ist die Erklärung. Es geht da um ein Baby Metroid. Ha? Oh, Alter. Ich hasse dieses Stage. Du kennst doch die Szene, wo... Das Baby Metroid... sich vor Samus wirft. Vor Mother Brain. Hust dich. Wies dich. Ah, komm noch her, komm noch her. Komm noch her! Oh, ich wusste nicht. HUMMER! Oh, das passt ja! Donkey Kong with a Hammer. Das passt ja. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da gibts ja auch das Upgrade den goldenen Hammer jetzt seit in Brawl! das gibt es noch nicht ich hatte ja mal wieder spielen ich mochte ja schon schick ich mochte ja schon schick als Charakter bei das ist doch nett hier ich habe mit dem Konzert umgehen was zur Hölle hast du das krass irgendwie sehen ich bin in den Scheiß wieder in den Affen geschwommen das ist doch komisch ey Leute das ist doch nett gewonnen mich noch eine Dissen her Bums 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 jetzt haben sich Ding und Felten verabschiedet noch nicht ganz noch nicht ganz nein das ist doch nett da ich mich oh jetzt bin weg das gibt es halt sonst bin ich gleich ganz weg was ich schwer fande bei Nimi dass du YouTube frei spielst YouTube war schwer ich habe kein Game View gehabt ich hatte die kostet jetzt glaube ich so um den Schnitt 50 Euro oder so ich habe ich habe nur Nintendo 50 Euro gehabt nicht mal ein SNES äh NES also ähm NES kann ich nicht mehr richtig lernen aber ich einen hatte aber boah Alter es gibt so ein ich hatte kein wie gesagt kein SNES hast du übrigens schon mitgebracht wie viel die Wii U kostet die was 300 irgendwas der Preis 49 Euro also ich überlege mir noch ob ich die hole 349 Euro achso ich habe 49 Euro nur verstanden ich habe mich schon gefragt aber da ist halt ich habe mich schon